Na, schon gehört? Ich krieg mein magisches Tier. Schon gehört? Ich auch. Hey, du und ich, wir bekommen gleichzeitig unser magisches Tier. Wenn das kein Zeichen ist. Ein Zeichen? Wofür? Und als nächstes proben wir nochmal Halt, das ist unser Wald. Ihr wisst, wie wichtig mir das Thema ist. Denkt an alle Tiere, die ihr zuhause verlieren. Rehe, Hasen, Füchse, Pinguine. 1, 2, 3, 4, Halt, das ist unser Wald. Was machen sie denn hier? Die wollen unseren ganzen Wald apolzen. Was? Also, was können wir tun? Was ist das denn? Das ist Stoffgelder. Aber bist du nicht ein bisschen alt, um mit sowas zu spielen?